Na bitte. So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar. Damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting, aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Tschüss. 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 Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Ich bin gerade, aber wenn wir zuwarnen, gehe ich einfach in die Bodega mit einer feinen, feinen Klimaanlage. Das mag zwar stimmen, aber die drehen da auf eiskalt. Also nehmen Sie eine Jacke mit. Die werden Sie bei dieser Hitze nicht dabei haben. Und ich will ehrlich sein, im Theos gibt es keine Klima. Wie sieht's aus? Gut. Toll ist Post-Shit. Denn ich lösche es wieder. Okay, schick's mir einfach. Und stehe ich auf dem Foto im Vordergrund? Ich repräsentiere ja mehr Kunden. Ah, der Bodega-Beef. Anfangs war es nur ein Streit, David gegen Goliath. Aber dann erfuhr Theo, dass das Maskottchen von der Bodega seinem eigenen ungewöhnlich ähnlich sah. Offenbar, um an seinem Erfolg teilzuhaben. Theo ist ausgeflippt. Oh mein Gott, dass du das erwähnt hast. Können wir auch...